Ja gut, hier wäre theoretisch ein Ausgang, wenn wir uns den freischaufeln, aber das habe ich jetzt momentan nicht vor. Was wir aber machen können, ist uns mal ein bisschen weiter nach unten durchgraben, wir haben ja nun auch genug Kohle dabei. Schön. Was siehst du, können wir die auch schon wieder nicht mehr mitnehmen, wie toll. Toll, wunderbar, hier können wir doch mitnehmen, Pflasterstein, Pflasterstein, Eisenerz, boah, haben wir wieder viel Eisen bis damit, habe ich gar nicht mitbekommen. Die Spinnaugen brauchen wir sowieso noch nicht. Und wir haben keine Spitzhacke mehr, schön. Aber wir sind doch nicht dumm. Ach, eine reicht auch erstmal. Schön. Dann haben wir die jetzt auch erstmal wieder. Wie gut, dass man alles an Rohstoffen irgendwie dabei hat. Wie gut, dass du dich nicht lohnt, gern einfach mal so ist. Ich fange mich. Ich bin schon mal ein Blödsinn, ich hoffe, dass das so etwas ansehen. Ich bin schon mal über dieda. Ja, kommen wir jetzt hier weiter. Da. So. Einmal hier. Bitteschön. Hm. Oh, du liebes Minecraft. Du überraschst mich immer wieder. Ja. 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 Wir wollen ja nicht auf einmal gesprengt werden. Zack. Zack und zack und zack und zack und zack und zack und zack. Und zack. 64 haben wir noch nicht gut. Ach, da ist noch Eisen und da ist noch Eisen. Und jetzt sind wir auch erstmal randvoll. Oberkante, Unterlippe, wie es so schön heißt. Da. Da scheint gerade irgendwie ein Zombie verbrannt zu sein. So genau wissen tue ich das auch nicht. Aber es hörte sich verdächtig danach an. Oh. Was ist denn? Ach so. Schön. Na auch nicht. Na. Schießt du mich noch in die Lava, Freund? Wir gehen uns mal ein bisschen erholen hier. An der Seite. Gut. Nicht, dass wir dann am Ende doch noch von irgendeinem Skelett erledigt werden oder so. Das brauchen wir echt nicht. Ist ja schön, dass hier so viele Rohstoffe sind, aber wir müssen natürlich massiv aufpassen. Und dieses Eisen können wir schon wieder vergessen. Was war das? Verdammt. Oh, verdammt. Kriegst du auch die Türen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da haben wir aber noch mal Schweine gehabt. Puh. Oh Gott. Was haben wir denn jetzt gerade verloren? Ach. Wir haben keine Fackeln mehr, ne? Doch. Wir haben noch Fackeln. Das schmeißen wir erst mal weg. Da gehen wir definitiv nicht lang, wenn wir... Oh. Der nächste Kühl ab. Ah. Das nächste Skelett. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Ich mach dir eh kritischen Schaden. Boah. Sehr spannend, diese Höhentour. Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Mann, gut, dass wir uns darauf eingelassen haben. Was willst du eigentlich? Reicht es nicht, dass ich dir... Nö, nö. Dass ich Tausende von deinen Brüdern erledigt habe. Ich weiß... Hier ist irgendwo... ... ein Skelett. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nur nicht wo. Ha, 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 ha. Der kommt schon von ganz alleine hier. Komm doch, ums. Oh, ich bin. Ja, wenn man mal davon absieht, dass wir zweimal fast in die Luft gesprengt worden wären, ist es ja eigentlich ganz gut gelaufen bisher. Oh, wie findet ihr? Oh, ich bin. Sollte eigentlich gar nicht so eine lange Tour werden, aber da die Höhle hier schon wieder total riesig ist, nehmen wir natürlich erstmal alles mit, was wir kriegen könnten. Vielleicht kriegen wir auch, vielleicht finden wir auch noch ein paar Diamanten, wenn wir ein wenig tiefer graben. Ich weiß es nicht. Vielleicht schauen wir irgendwann, dass wir uns ein Portal bauen in den Nether. Vielleicht finden wir auch zwischendurch einen Stronghold. Wer weiß, wer weiß. Man weiß es nicht. Also zumindest weiß ich es nicht. Dann nehmen wir mal fleißig die Kohle mit, bei dieser epischen Musik. Ja! Hm, haben wir hier schon noch? Zack, 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 und Kohle, 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 ohne Ende, und kostenlos. So kostenlos, wie es nun geht, und wir sind schon wieder voll wie ein Eimer, und ich muss mal überlegen, was machen wir denn jetzt, wir schmeißen die Gras am Weg, wenn wir, ach, wir haben drei Stacks Kohle, hallo, wir haben genug. Wir wollen doch nicht auf unsere alten Tage jetzt mal gierig werden, nein, das ging überhaupt nicht. Und das ging auch nicht, hier gehen wir zurück, und die vergessen wir gleich wieder. Hier kommen wir her, ne?